Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ivan Andritz. Ich leite bei Netcolon den Sales Support und bin für das Projektgeschäft verantwortlich. Gemeinsam mit meinem Team entwickle ich individuelle Lösungen im Bereich IT und Telekommunikation. Was das genau bedeutet, das möchte ich Ihnen gerne anhand eines Vergleichs erklären. Früher hatte ich oft Probleme Oberhemden zu finden, die optimal passen. Bei dem einen waren die Ärmel zu lang, bei dem anderen der Kragen zu eng. Bis mir meine Frau den Tipp mit der Maßanfertigung gab. Gute Idee, aber teuer, dachte ich mir. Von wegen, denn seit der erspare ich mir Fehlkäufe und zeitraubenden Umtausch. Weil das Hemd exakt auf mich zugeschnitten ist, sitzt es perfekt. Und genau darum geht es auch bei unserem Projektgeschäft. Unsere Experten nehmen Maß. Das heißt, wir analysieren ihre individuellen Anforderungen und entwickeln eine Lösung, die optimal zu ihrem Unternehmen passt. Natürlich auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Manchmal müssen wir am Anfang Aufklärungsarbeit leisten. Folgende Fragen hören wir immer wieder. Warum soll ich in eine maßgeschneiderte Lösung investieren? Es gibt doch genug Produkte von der Stange. Klar, können wir verstehen. Aber wir kennen auch die Grenzen von Standardangeboten. Denn woran könnte es liegen, wenn die vorhandene Telefonanlage ihren Ansprüchen nicht mehr gerecht wird? Oder wenn es nicht rund läuft mit der IT-Infrastruktur? Wir stellen immer wieder fest, Unternehmen verschenken große Chancen, nur weil sie sich mit dem Standard beginnen. Warum sollten Sie sich mit Standards zufrieden geben, wenn Sie das Optimum haben können? Unter dem Strich sind individuelle Lösungen nämlich immer besser als Standardlösungen und oft sogar wirtschaftlich. Denn vernünftige Investitionen in die Infrastruktur machen sich schnell bezahlt. So können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren und sind für die Zukunft optimal aufgestellt. Wir aber lassen sich Schwachstellen in der IT-Infrastruktur oder Ihrer Telekommunikation aufspüren. Wenn Sie auch nur den leisesten Zweifel haben, dass Ihre Lösung optimal ist, wenn Sie ahnen, dass Sie mehr erreichen könnten, wenn Sie wissen, dass die Technik Sie mehr einschränkt als unterstützt, dann ist es höchste Zeit mit unseren Experten zu sprechen. Für jede Disziplin der ITK haben wir erfahrene Spezialisten mit Fachwissen auf dem neuesten Stand. Unsere Experten kommen zu Ihnen, zu einem Gespräch auf Augenhöhe, um mehr zu erfahren über Ihr Running System. Dann schauen wir, was wir für Sie tun können. Egal, ob es sich um einen kleinen Handwerksbetrieb handelt oder um ein international ausgerichtetes Großunternehmen. Wie lange das dauert? Insgesamt vielleicht nur wenige Wochen. Und wenn Sie es wünschen, bleiben wir auch danach im Gespräch an Ritsch, Netcolon. So wie mit den allermeisten unserer Kunden. Sie schätzen es einfach, sich jederzeit auf unsere Expertise verlassen zu können. Kontinuität spielt dabei eine Schlüsselrolle. Für Ihre Fragen und Wünsche steht Ihnen immer ein Experte aus meinem Team zur Verfügung. Für die optimale Kontrolle und Steuerung sorgen im Hintergrund die Kollegen in unserem eigenen Netzwerk-Management-Center. Natürlich rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr. Infrastruktur, Know-how, Manpower. Alles das ist unverzichtbar. Aber mindestens ebenso wichtig ist Vertrauen. Deshalb macht es uns schon ein wenig stolz, dass viele Unternehmen unsere Leistungen vertrauen, wir zum Erfolg beitreiben konnten und dass sich hieraus auch langfristige partnerschaftliche Kundenbeziehungen entwickelt haben. Lassen Sie uns darüber sprechen, was wir für Sie tun können. Rufen Sie uns einfach an oder senden uns eine Mail. Ich freue mich drauf.